Prinz Harry und Herzogin Meghan sind gerade in Down Under unterwegs und erleben dabei ein kleines Wunder. Während Prinz Harry nämlich eine Rede vor dürre geplagten Farmern hält, beginnt es wie aus Kübeln zu gießen. Schnell schnappt sich seine Ehefrau Meghan einen Schirm und eilt ihrem Liebsten zur Hilfe. Harry trotzt dem rauen Wetter und lobt die Bauern. Diese Widerstandsfähigkeit, dieser Sinn für Humor und das Engagement für das Land sind die Eigenschaften, die euch einzigartig machen. Ihr seid das Rückgrat dieses Landes. Zehntausend Menschen aus der Kleinstadt Dürbaugh versammeln sich, um das royale Paar zu feiern. Dabei zeigen sich Meghan und Harry sehr volksnah und werden nicht müde, die unzähligen Hände zu schütteln.